Der Sunny, dem Kaden, dem Dizkari und dem Ekmanus. Hallo. Hi Leute. Hallo. Heute mal endlich so ein Schnellformat durch, was die Namen angeht. Wieso noch nicht, ne? So langsam kennen unsere Zuschauer uns doch gegenseitig. Ne, ne, wir bekommen ja täglich 5 Milliarden neue, das ist ja... Aha, ja, ist klar. Dann werden wir die Alten ständig rausgeschmissen werden. Diese Schleime, normalerweise sollten die auch bei Lava-Kontakt direkt klein werden, oder? Eigentlich schon, so wie sie dann im Ding sind, sind sie sofort gestorben. Ja, also wir brauchen andere Schleime, eindeutig. Also einmal hängen sie fest. Die sind, glaube ich, das Problem ist, die sind wirklich, als ob sie aggressiv sind und zu uns wollen. Das ist, glaube ich, wirklich das Problem. Ja. Hatte ich nicht vorhin noch so einen... Bereitet einer auf den Dings. Ja, ich hatte vorhin noch so einen... Ich hab doch schon mein Schafexer rausgetan, wo ich das jetzt hingedan? Das... Alter. Das Netz. Problem ist, auf meine Sicht, dass die Läger in den Lava hochschwimmen. Ich hab gerade nicht mehr darauf geachtet, wie viel Glowstone ich sammeln muss und jetzt habe ich auf jeden Fall genug. Okay. Keiße. Hast du unser Farinetz übrig? Äh... Eins, ja. Ein, ein, äh, also ein Wieder... Ja, genau. Ich habe jetzt, äh, fünf, sechs Glowstone. Der nächste vor die Tür. Blöcke. Das sollte hoffentlich reichen. Okay, jetzt geht's auf Schleimtsuche. Das sollte reichen. Bis gleich nachts? Nein, das ist ja. Das können wir jetzt gerade sagen, dann brauchen wir nicht zu suchen gehen. Obwohl wir müssen ja natürlich so ein Land finden, erstmal, ne? Na gut, dann fliehen wir wieder Richtung Kotel. Wasteland. Ach, scheiße. Können Sie denn so ein Land sein? Hat noch keiner irgendwie auf seiner Map irgendwo Sumpf gefunden? Naja. Sumpfgebiet, ne, also nach dem Neuaufsetzen meines... ...Meinen Krafts noch nicht, nein. Leider. Sumpf. Das hilft ja nix. Wir brauchen unbedingt einen grünen. Blauern ist schon auf jeden Fall nicht mitspielen zu wollen. Richtig. Ach, ich bin Magmaschleim. Vielleicht hilft dir der Magmaschleim, weil der ist auch aggressiv, ne? Der ist Lava-Immun. Ah, noch schlimmer. Wo bist du dich hinstehen, die Dinger teilen? Ich habe mich gerade gewundert, wieso ich nicht so nah an die Glowstone-Vorkommen ranfliegen kann. So ein Riesen-Magmaschleim bin, das ist ja auch irgendwo klar, ne? Mhm. So, das wird ein weiterer Flug, glaube ich. Ah. Hallo, M-M-M. Da runter. Glaube. Das hier müsste doch Sumpf sein. Keine Ahnung. Ich fliege mal, das wird ein bisschen dauern. Ja. Alter, ich finde jetzt ernsthaft nicht mehr raus aus der Hölle, oder was ist los mit mir? Das ist kein Waypoint. Ja doch, aber ich habe zu viele in der Hölle. Vielleicht finden sie aber irgendwo einen Schleim unten in unserer ganzen Main-Meaning-Schleim. Moment, meine Schichten. Schichten. Der Lötten? Ja. Ach, da ist der Aus- und Eingang, bin ich tot, ey. Ah, kann man sich denn nicht er-craften, den grünen Schleim? Jetzt, Spielfigur. Hm? Hier ist Mob. Hä, wie, ihr braucht bloß grünen Schleim. Wir brauchen einen grünen Schleim. Hallo, Sanni, ich bin da. Hallo. Ich habe gedacht, ihr braucht, ähm, den Schleim an sich. Da nur noch kurz. Ne, blaue Schleim reicht nicht, wir brauchen einen grünen, halt. Haben wir gerade so festgestellt. Also zumindest glauben wir, dass das die Idee ist, hier dahinter. Die blauen rutschen nicht runter. Hm. Äh, wer wollte mir die Blaze-Rods jetzt geben? Äh, ja, hier haben wir. Niemand meldet. Äh, wo hast du gebaut? Äh, in der Safe Zone. Was ich jetzt sehe, ist, dass die Dinger nicht runterfallen. Ah, ja, welch ist das die Neue. Moment, schon ist es am Spawn ab. Also an der, an dem... Ich muss mal wieder von meinem Haus zum Spawn fliegen. Also das mit der Safe Zone, was du gerade gesagt hast, das war sehr, sehr nett. Auf jeden Fall. Und ich persönlich glaube aber auch, dass die Fluid-Ducts quasi das ganze Mob ist jetzt aufsaugen. Wie, aufsaugen? Ja, als die Fluid-Duct wieder eingeschlossen hat, ist der Tesseract Stromverteilt, also, äh, Fluidsverteilt ist trotzdem ein Tankerleger geworden. Hm? 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 Hm, ja, da ist auch was drin. Hallo. Ja, aber wir sollten jetzt aufsaugen. Wie soll denn der mal kommen? Gibt es in den Modswerk eine Autocrafting-Station? Ne, ne. Wir dürfen keine, äh, Crafting-Types nutzen, aber das würde dem sehr nahe kommen, was du haben willst. Die dürfen wir nur nicht nutzen. Schade. Schade. Ah, waah. Mh, mh, mh. Hütte Gmbhut hab ich auch. Oh, dankeschön. Bitteschön. Gibt es der Möglichkeit, schneller zu fliegen? Ne, he, he. Zu langsam. Mit einem Speed-Trunk. Ah, ist da los, dann. Müsste es gehen. Ich hab' keinen Speed-Trunk. Mit einem Beacon-Block. Bikenblock und sich Fungi Forest Was? Ja, den muss ich nochmal mitschleppen, aber was den Biken Nee, wenn du in deinem Haus sein willst und dort Was lasses du denn? Karten? Hast du gelacht? Ja, wegen dem Bikenblock, weil er zu leben ist etwas schwierig Ja, deswegen soll ich ja, mitnehmen muss man den ja nicht Unbedingt Ja, ich kann auf nichts, ah jetzt Raser jetzt aufdeckt, klar Hier, ich bin Hier wurde ich schon langgeflohen, wo ich jetzt bin Ich bringe also jetzt nicht so viele Leute auf Ähm Oh, Plastik Okay, Karten, wie sieht es aus? Ich habe 5 Stacks Closed on, was jetzt? So, jetzt bin ich eigentlich mal so weit Ach, ich brauche noch Raba Grüne Farbe, rote Farbe Okay, ganz kurz das leichtere zuerst mal Wie viele Stacks Stein brauche ich denn? Ich weiß ja nicht, wie groß du das machen willst Wie viele Kisten du anschließend bist Je nachdem, je mehr Kisten du anschließend bist Also größer wird das ganze System Das sind mehr brauchst du Okay, wo Kiste brauche ich? Wie viel? Also, wo Doppelkiste? Also, wo Doppelkiste? Ja, das kann ich dir jetzt nicht sagen Wie viele es genau sind Wo dann sag mir einfach so ungefähr Nimm dir als Raba Es lebt noch wieder Kiste, was du Ich muss jetzt auch mal was Blödes fragen Und zwar Äh, Maru, das System, was du hast Ja? Wie stellt man da am günstigsten die Kisten auf? Einfach so nebeneinander eins Platz dazwischen? Äh, in so einem komischen Lila-Interface Du hast halt nur eine Kiste dran Das braucht sie Okay Das ist die Aber du hast da mehrere Kisten jetzt da dran, oder? Ja, nee, in jeder Liederding nur eine Ähm Das heißt, wie baut man die Kisten am günstigsten auf? Du musst quasi zwischen zwei Liederdingen am Platz lassen Das heißt, du hast dann Kiste, Kiste, Liederding, leer Liederding, Kiste, Kiste Das war, das habe ich, okay, nicht verstanden Hast du noch mal? Du hast, du musst zwischen beiden Lila-Kabeldingern, äh, Interface-Pipes Platz lassen Ja, baust du so wie ich in Turmformen, das ist doch auch gut Ja, eben Achso, hast du genau so gemacht Oh, noch mehr Gas Du musst wahnsinnig viel Rot brauchen Brauch ich mal Pferde? Brauch ich mal Pferde? Hier steht ungefähr 150 Stück rum Also pro Kiste auf jeden Fall mindestens acht rote Kabel Ja, hast du mir ein paar mit? Kann ich nicht Kann ja mal die Köln an meinen Pferden rumlaufen Ja, sag mal 4205 Heilige Scheiße So, 2532 Warte, warte, warte 4205 Höhe? Gut, danke, 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 okay, also nochmal, wie viele Steine brauche ich jetzt? Äh, wie viele Steine? Ja, wie viele Stacks-Steine meine ich jetzt? Damit ich weiß, ob ich überhaupt genug Cobblestone dazu habe Hast du auf jeden Fall, ein Stacks-Stack-Kabel müsste auf jeden Fall reichen, locker Achso, okay, na, ich mach nämlich gerade schon den zweiten Stack Achso Deswegen, ich sag ja, ich hab keine Ahnung Ich hab mehr als genug Kabel Na, wer ist denn da wieder? Danke, Kaden, danke, Kaden Auch immer noch Sand Es laggt schon wieder Wo hat es noch Sand? Oh Ah, da Ich hab ihn gerade gefunden Das war gerade ein schöner Lack, Leute Ich hatte nur zwei Stacks geklaut, also bitte, muss noch genug drum sein Ja, ich hätte Ich hatte vorhin, als ich dir erlaubt habe, sonst neben dem Kopf, dass ich nur noch zwei Stacks-Äh, nur noch einen Stack habe Deswegen Okay, und, 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 Glas, wie viele Kaden? Auch einen Stack Oder mehr? Stack reicht von Hier! Marsch, Marsch ist doch, äh, ne eben nicht Okay Ey, was ist denn Marsch? Was ist denn einfach? Oh, nur Ahnung, das hätte ich nicht gebrochen Was ist denn einfach? Das sind ja bloß die einfachen Pipes, die musst du ja noch abändern Wir müssen ja das Swamp suchen, genau Die muss ich abwenden Achso Maro? Das sind speziellere Pipes, da gibt's noch mehr Äh, du hast gerade zu tun, ne? Schau mal an, was willst du denn? Naja, ich würde mal, ob du kurz vorbeikommen könntest Aber Ich wollte erst mit Schleim, weil wir nicht wissen, woran es liegt Und was heißt jetzt so? Ja, ich kann vorbeikommen Achso, okay Das konnte ich gerade nicht so deuten Ey, wenn du jetzt nochmal an meine Tür hier klopfst, dann kracht's Aber es war kein Applaus So Ach, oh Gott, Kirch ist aber kein Beifer, da ist das Ja Ich weiß Aber das kann ja jeder sagen Nee Genau, er ist einzigartig, weißt du So wie du Dankeschön So, last chance Alle eins, fertig Also ich, also ich nehme das als Kompliment auf, ne? Also auch wenn es nicht sein sollte, aber So Du darfst gerne reinkommen, Maru, wenn du dann da bist Ähm Jo Such doch mal bitte einen Sumpf, das ist ja schrecklich Alben, Glas und Vielleicht bist du einfach in die falsche Richtung geflogen Äh, was brauchst du nochmal beim Sumpf? Slimes brauchst du eigentlich nur, ne? Ich brauch nicht Sumpf, ja, den Slime suche ich mir schon selber Ja, und warum brauchst du einen Sumpf wegen den Slimes? Okay Oh, oh Gott Maru? Ah ja Wenn du Schleim hast, nämlich auch Schleim, das soll es nicht Kommst du hoch? Ja Dann, ähm, ja, weiß nicht Kann ich das so, könnte ich das so bauen? Das ist umständlich, dafür brauchst du viel zu viele Kabel Okay Aus, was lieber in Turmformen, das ist viel günstiger Das heißt, einfach übereinander bestellen Das heißt quasi, ähm Also du kannst dich gerne auch wegreißen oder so Ach, den Ops, wie brauch ich noch? Ist nix drin in uns, also ist nirgends wo was drin Und jetzt brauch ich Farbe Du musst ja quasi, ähm, dreifeln platzen, dass das Stück ist Wahnsinnig, richtig gut Rot, gelb, blau Warte, hier sind noch welche? Deckweise wieder, oder? Ja Am besten, ja Äh, das, äh, Blumen-Dings ist oben, oder? Also im Norden Ach so, und dann immer drei Platz dazwischen Genau, und dann kannst du hier das Kabel langs erreichen Ja, aber dann ist das ja eigentlich nicht so schwer, wenn man eh so viele Blumen hat Ach so Dauert trotzdem Und dann passt das Okay, cool Du willst ja nur wissen, wo du den Turm hinbesetzen möchtest Das geht dann halt daneben langs Äh, von jeder Farbe ein Stack reicht, oder? Ich wollte es hier so komplett im Kreis bauen Das kann ich jetzt nicht sagen Das weiß ich nicht Im Kreis ist es halt sinnlos, weil du verbrauchst halt immer nicht viele Kabel So, jetzt hab ich mal eine Rose Du hast mir das nachgebaut, oder? Ja Eine Rose, 38 Sehr schön Und wenn ich jetzt die Giant Red Flower abbaue, krieg ich dann Rosen draus Ja Ich krieg gar nichts draus Dann kriegst du Rosen mit der falschen ID Ne, ich krieg gar nichts Außer du hast dann zuerst eine richtige Rose, dann ändern sich die IDs der falschen Ja klar, aber ich krieg gar nichts Ich baue gerade die rote Giant Flower ab und ich krieg gar nichts Ja, mit der geringen Wahrscheinlichkeit Also du kriegst nicht aus jeder was raus Scheiße, Alter Ja Ach nee, es laggt, es laggt, okay Was ist das denn für ein Gebiet? Das ist Bock Was ist denn Bock? Alter Ich hab einen Jungen gefunden, das heißt Bock B-O-G Alex, was hast du für deine Level für Tanks genommen? Von Open Blocks Oder Für was für Tanks? Für was für ein Zeug? Wo du deine Level drin hast Einfach Tank Ja Ja, Open Block Okay Ich mach alles mit normalen Tanks Okay, du hast recht Farbe sammeln ist scheiße Man kriegt ja nichts aus den großen Blumen raus Oh nee, nicht noch mehr Obsidien Ich brauch noch mehr Obsidien Kannst du die bei mir rausnehmen Danke Sag ich irgendwie immer, oder? Mhm Gemeinschaften Wieso bauen wir eigentlich unsere einzelnen Lager? Weiß ich nicht Baut doch Baut doch einfach meins aus Richtig Hm Und wir benutzen es dann einfach alle nach Belieben Wird sogar irgendwie Sinn machen Ja Weil wir eh ja immer zu Alex fliegen Wo aber auch Auch gelbe Farbe hast du gesagt Lassen wir den Tesseract mal Ihre Quest Piles geht leider nicht durch Tesseracte durch Kann ich dir einfach dein eigen Tesseract haben An der Rasse sagen Achso, ja, das wär's ne Aber du kannst doch hier Du kannst du Remote-Dinger glaube ich bauen Oder nicht Dass du das Remote abfragen kannst Keine Ahnung Alter Oder wir legen Kabel irgendwo unter ihr stehen Ja, aber das dauert ja eh wie bis dann kommt dann Stimmt Der ist halt ein bisschen lieber zu mir hingeflogen und ich hab ein Village gefunden Ist das absichtlich, dass ein Villager bei dir im Lagerturm ist? Ja, das ist Absicht Okay Boah, das ist ja ein Riesendorf hier Ich hab ein Riesendorf Und ein Riesendorf 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 Auf jeden Fall Ich mach ihn mal hier mit dem Wegpunkt hin Kann man das irgendwie auch schneller abbauen oder so? Oh, das war mir doch gefährlich Oh Der war gerade mit mir vorbeigeflogen ist Ich wollte gerade zuschlagen auf das Skelett Ich war da Ich war da Ich war da Kurze Frage Ähm, mit Fortune bringt sich das auch nicht, gell? Bei den Blumen da, die ich abbaue Ne, die droppen eigentlich nicht mehr, Mats Scheiße Ja, alter Ich krieg eine Krise bei den Skeletons in diesem Modpack, alter Die treffen mich aus jeder erdenklichen Lage Und damit meine ich auch jede Lage Mann, ey So Okay Und am meisten hast du gesagt Rot, ne? Danach kommt Gelb und dann wahrscheinlich Blau oder so Ja Grün wirst du auch brauchen Mystic Grove Grün auch? Außer du wirst es aus Blau und Gelb herstellen, aber dann brauchst du davon mehr Ich hab Mystic Grove gefunden Okay Es gibt ja keinen Sumpf Keinen nicht Wir sind mal wie die Wüste Das ist ein Mysterium Der Sumpf ist am gleichen Doch bei Jums Supplenty wird es schwierig, ja Der Sumpf ist neben der Wüste wahrscheinlich Die es nicht gibt, ja Wir haben doch eine Wüste da in die Oase oder nicht, das reicht doch Die Wüste Mit Witchery kann ich ein Bion zu einem anderen Bion umwechseln, aber ich glaube nicht, dass ich das bestimmen kann Ähm Kurz, noch eine Frage Kann ich mit einer Hacke Eigentlich auch die Die Blumen abbauen Kannst du machen, dauert noch mal Ähm Hier Ne, gemeint war Gemeint ja mit einer Hacke mach ich ja eigentlich normalerweise 3x3 Felder oder 4x4 Felder Ähm Und baut es auch Blumen mit ab und hohes Gras Die sehen glaube ich kein Kraut Scheiße Ich glaube nicht Ähm Wäre schön, wenn es gehen würde, weil dann wäre ich schnell fertig So Womit stelle ich jetzt Energie her? Ist Lava Farbe Kette aus dem Energie herzäumen oder habe ich dann jetzt was falsch verstanden? Das ist die Hälfte Du brauchst doch ein Magnetic Dynamo Ja genau, genau Die Hütte? Magnetic Dynamo baust du noch Ja Vielleicht die Hälfte ist schon richtig Weil die andere Hälfte fehlt halt noch Ich hab eine Hüste gefunden Ich fliege einmal drum herum um 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 Sumpf zu finden ne Ja Hier sind vier Zombies gespawnt Ne, fünf Zombies Ah nice Hier sind halt fünf Zombies gespawnt Die alle durch deine Tür wollen nämlich komplett ignorieren Ja, weil die auch schon Villager wollen Ehh Aber der Villager ist doch nicht so viel wert wie ihr, was soll denn das? Ne, die wissen, dass du stärker bist als der Villager, weißt du Werb gleich Ja Oh Oh Geil, es gibt keine Luft Ehh, Maru, wie heißen die Leitungen jetzt nochmal genau? Die Kabel und den ganzen Ehhhhh Ja, BAUJU 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 BROATED REQUEST PIPE brauchst du eins Was für eine? BROATED REQUEST PIPE brauchst du eins Das ist das, wo du das Geld wieder rausholst Ah ja ganz kurz, genau Wegen dem Braucht man dafür, braucht man irgendwie welche Maschinen oder so? Nein Nein Nein, das heißt das kann man sich alles ganz normal in der normalen Workbench machen Ja Ja Und man braucht keine Items, die man sich Und man braucht keine Items, die man irgendwie mit Maschinen machen muss Ne Okay, cool Okay, wenn es die Blumen in ein Pulverreißer stecken, kriegst du mehr davon raus, dann Farbe Ernsthaft? Ja Ja Und dann brauchst du halt ganz viele Routed Interface Pipes, eine pro Kiste und halt ein Transportpipes Dazwischen Routed Interface Pipe, okay Alter Brauchst du eh was, den brauchst du ja auch als Orangen Das heißt, davon brauchst du halt einen Haken Tilg Glades Oh mein Gott, wie ein Biom gibt es hier eigentlich? Ach du kriegst doch Bei einem so plenty, ich weiß es nicht, 26 oder so, keine Ahnung Genug Wenn nicht sogar noch mehr Das ist ja richtig teuer Was? Mehr als genug? Wir sind nicht teuer Ja Was ist teuer? Die Farbe ist bis Edson zu suchen Ansonsten ist es eigentlich nicht so gut teuer Die Chips, die du dann reinpacken musst, die sind teuer Die Chunction Pipe, die sind doch teuer Wie macht man denn die Chips? Also nicht die Chunks, du brauchst doch übelst viel von diesen Chunction Pipes Ach stimmt, die Basischips, oh Redstone wirst du brauchen Lol, ich hab einen Rosester gefunden, ich hab keine Ahnung was was ist, ich nehm ihn einfach Ein rosa Hühnchen Ja, awesome Chips Schwam blend Schwam blend, alter Welche Richtung? Vor allem, man braucht ja extrem viel Green und Red Ähm, pass auf, 3673 Ja Zum minus 228 Also gleich um die Ecke Quasi gleich um die Ecke Also nochmal, was? Was? 2678 und? 3000 oder 2000? 3628 bin ich jetzt und minus 233 Ach egal, ich mach mal das irgendwann anders im Video oder so, ich schau mal das Video einfach neu an Natürlich ist jetzt Tag und deswegen kann ich jetzt nix farmen Ich kann mich mal markieren Ich kann mich mal markieren Bomb Ich brauch Inva, Inva irgendwie nicht Was ist denn Inva? Inva Inva ist wenn du ähm Ferbrus, Ohr und Eisen in deine Schmelze packst Kann ich mir auch Farbe aus deinem Lager nehmen? Da hab ich kaum welche Außen brauche ich die immer um mein System zu updaten Also nein Dann noch ne Frage Den Pulverizer darf ich verwenden, oder? Jaja, klar Danke Okay Das kriegt aus einer Farbe zwei raus, oder? Irgendwie so Ja Muss ich da die Blume reinschmeißen oder muss ich da die Farbe reinschmeißen um zwei raus, oder? Die Blume Die Blume Gut Wie gesagt, ich bin In dem Thema hier Bin ich nicht gut besiedelt Ich hab 64 Blumen Und äh 53 gelbe Also 64 rote, 53 gelbe Und äh 6 blaue Toll Mh Mh Slack Brauch ich mehr rote? Ganz schön, oder? Oder reicht ein Stack rote? Wenn ich deinem Lager Ja, wenn du die Großes machen willst, ne? Hat jemand Wie viel hast du ungefähr gebraucht, Rata? Äh, 4 Stacks, ne, keine Ahnung, 2 Stacks Hat jemand dieses Inva irgendet für mich? Ja, hab ich doch gesagt, kannst du bei mir rauskommen Ich hab mich nicht gehört, schuldigung Sag mal, Sunny, isst du gerade? Hm? Was denn? Lack Ne, ich find's cool, aber was denn? Was denn? Hallo? M&M's M&M's, okay, ich glaub ich geh zu einem Restaurant, das ich jetzt nicht nennen möchte Bin ich noch auf dem Spiel? Rüstel Ich hörst du uns? Ich geh zu Mac Manious Ich geh zu Mac Manious Ich geh zu Mac Manious Ich hab einen schwarzen Bildschirm gehört Gehst du bei uns auch noch im Spiel? Bin ich denn schon wieder? Vielleicht hat sich, äh, vielleicht hat sich, äh, dein Bildschirm abgeschalten? Nein, der leuchtet noch Jetzt bist du raus Jetzt bist du raus Jetzt bist du raus Ach Gott Guck mal, ob das Kost was wirklich sicher ist Bleibt draußen, ihr Pisser Ja Kannst du jetzt mal bitte Nacht werden und dann können wir bitte ein paar Sachen sporen? Ja, bleibt draußen, ihr Pisser, genau so schreibe ich's drauf Ist aber nicht großes Swampland, aber es reicht wahrscheinlich Sollte natürlich nicht böse gemeint sein, ne, aber trotzdem, die Pisser bleiben draußen Oh, mach komm jetzt nur Erde, dann wurde ich mich doch mal durch Weißt du, warum die Pisser raus, äh, äh, draußen bleiben müssen? Warum? Ich hab noch keine Toilette Hm Dazu sag ich jetzt mal nix Das war mein voller Ernst, ich hab noch keine Toilette in meinem Haus Küche fehlt auch noch, das heißt, ich brauch noch eine Frau Tut mir leid Oh man, ey Ne, aber, wie gesagt, ne, Toilette fehlt noch Und außerdem, ohne Toilette krieg ich auch keine Frau ins Haus, also das ist Voraussetzung, weißt du Und dann erst kommt die Küche Du weißt gar nicht, wie unendlich viele Mobs unter deinem Haus bohren Oh doch, ich weiß es, Alter, ich bin letztens beinahe gestorben Wirklich, ich bin wirklich beinahe gestorben wegen dem Scheiß Ich hatte dann nur noch 6 Leben, also 6 Herzen Und hab dann gesagt, ne, ne, weißt du, jetzt geh ich rauf, jetzt geh ich kurz rauf Ist voll die Levelfarm, ne, irgendwie By the way, wie heißt das Biom, das du gesucht hast, Rata? Bombland Wo steht das? Irgendwo musstest du, oh, ok, da, ich hab's nicht gefunden Oben rechts Was, oben rechts? Das steht bei mir nicht Ich weiß nicht, ob du meinen Marker sehen kannst Achso, ne, ne, nicht das, das hab ich nicht gemeint Ich hab nicht gemeint, wo's liegt, sondern ich hab was anderes gemeint Ehe Ich wollte wissen, wo man sieht, welches Biom man gerade besiedelt Der Streit Ja, links oben, ja Hab ich dann, hab ich gerade Gefunden Ne, ich dachte nämlich, weil ich hab ne Swamp Flower gefunden Aber halt leider kein Swamp Biom Hab ich ja, ich bin jetzt jetzt ein, äh, anderen, weiß ich mir schon Oh, ich hab mein Mikrofon gerade geschlagen, hat man das gehört? Ja Wir bauen hier ein rotes Haus mit in die Luft Ist wahrscheinlich Darkies Haus Ist zerstört worden, ne? Ja Ich weiß nicht, ob er selber gemacht hat Wie, wa, was ist, was ist zerstört worden? Darkies Haus Darkies Haus? Darkies World? Ne, Darkies Darkies Hunter Ja, das hat er nicht selbst zerstört, weil er, er konnte ja auch gar nicht mehr aufnehmen, aber ich sag Ne, das ist schon länger zerstört Ach so Sag mal, wenn's Nacht wird, bitte Kickt man auch Sonnenblumen auch Farbe? Ne, ne? Gelb Keine Ahnung, nütze Ach so, ach dies, ach dies Sonnenblumen, ach ne, dann nicht Entschuldigung, ich dachte grad, dann das Löwenzahn, aber Das ist schon ein Unterschied Ja, ein bisschen Oh, er ist wieder gejoint, was so? Der Kaden ist wieder da, der Kaden ist wieder da, der Kaden ist wieder da, der Kaden, der Kaden, der Kaden ist wieder da Kaden noch, Kaden noch, Kaden noch Lebt denn der alte Kaden noch? Ja, er lebt noch Ja, er lebt noch Ja, er lebt noch Er lebt noch Ja, er lebt noch Lebt noch, Kaden ist nicht tot Okay So, das ist die neue Platte von euch, oder? Ja, auf jeden Fall Kommt Monar in den Einzelhandel Ach ja, ohne Witz, wir sollten wirklich mal so einen kleinen Prost & Betrayal Rap rausbringen oder so Yo Yo, bitte Yo, Bro Yo So, wirرا Yo Boat Guig Ja, aber wenn du es regnen lässt, dann wäre für ihn ja auch schon eine super Tode weltweilig. Ich habe übrigens mal nachgefragt. Er hat zwar alles, weil er keiner mehr benutzen kann, weil du keine Anleitung dazu gepackt hast. Wusste ich es doch. Was kann er nicht benutzen? Das ganze Zeug, was er mit Kabel genommen hat. Genau, er hat mein ganzes Zeug gehabt. Keine Ahnung, was er damit machen soll. Das dachte ich mir von Anfang an. Er kann mir zwar alles wegnehmen, aber meine Ideen und was man damit machen kann, das kann er mir nicht klauen. Ach Gott, aber... Ich meine, sowas tut man auch nicht. Ne, das ist ja alles böse und so. Wir sind ja voll die netten Boys. Yo. Golden Road and Girls. Er hat mich ja am gleichen Tag noch angeschrieben gehabt, ob ich jetzt böse auf ihn bin. Das war so geschrieben, ja klar. Ja, du sollst sterben oder so. Ey, von vorangebist du auch da. Ne, hast du wirklich nicht zurückgeschrieben, dass du böse bist oder so? Also ich habe so geragged, dabei wurden meine Maschinen gar nicht mitgenommen. Also ich habe einfach nur geragged und habe gesagt, ey, derjenige, der es war, das ist ein Haus sprengt in die Luft, Alter. Ich habe es auf Video, ich kann euch das beweisen, sehr gracious. Ja, ich habe es auch auf Video. Ja, also... Welche Folge, Rata? Weißt du das zufällig aus dem Stehgreif? 56 war es bei ihm, glaube ich. 56, 57, irgendwie so richtig. Achso, also noch ein ganzer Gehen, ja. 37 oder 37 bei mir. Und by the way, ganz kurz, ich habe es jetzt nicht gemacht, obwohl ich es versprochen habe, weil du alles zurückgegeben hast. Du warst ja voll kooperativ und so. Und ich bin ja, wie die Polizisten halt immer so, weißt du, so, hey, du bist kooperativ, dann kriegst du Strafniederung. Ah, jetzt, hör auf zu reden, besser. Was? Das wird nicht besser. Nö. Was bedeutet rausreden, erklär mal. Nicht rausreden, aufhören zu reden. Achso. Ja, ja. Weil wegen Polizei und so. Das ist hier neu, ist mir klar. Das Karin hat wieder Quatsch. Was? Das ist Karin und das Neue ist auf und zu zu reden, das ist schon klar. Nee, also wirklich. Meine Zuschauer haben schon geschrieben, ich habe zu wenig geredet, was soll das? Keine Angst. Das heißt, du hast meine Sekunde nicht geredet? Ja, nee, haben sie wirklich, ohne Witz. Jetzt echt? Ja. Okay. Krass. Kann ich mir nicht vorstellen. Du musst zu wenig reden. Allerdings. Die sind mich schon gewohnt, dass ich richtig viel labere und kaum bin ich mal, so wie letzte Folge halt, kaum war ich mal ruhig, so, für fünf Minuten oder so, hat es geheißen, red doch mal wieder was, ey. Ja, bist auch echt leid, ey. Was war das eigentlich? Wir sollten jetzt das Ende der Folge in Sicht nehmen. Ja. Oh, ja stimmt, Alter, wie schnell, wie schnell, ey. Tatsache, ja. Gut, dann fliege ich mal zurück. Dann würde ich sagen, danke Leute fürs Zuschauen. Ist schon so weit. Bis zum nächsten Mal. Ja. Bis dann,ne. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.